Viele Grüße und einen schönen Tag an uns alle. Heute, am 6. April 2023, ist Ostern in Norwegen. Der heutige Feiertag, im englischen Gründonnerstag genannt. Draußen sah es trostlos aus, keine Wolken, kein Regen und kein Sonnenlicht. Im Garten hinter meiner Wohnung am Rande der norwegischen Stadt liegt noch viel Schnee. Zu diesem Zeitpunkt war es 11 Uhr nachmittags und das Klima war mit einem Grad Celsius relativ warm. Ich erinnerte mich plötzlich an meinen verstorbenen Vater. Mein Vater kocht vor immer gerne nach der Hanoifo-Methode. Als mein Vater noch lebte, hat er vor oft gekocht, an den Feiertagen, denn damals war mein Vater im Urlaub, um Hausarbeit zu machen, in den Ferien. Mein Vater hat uns damals immer angerufen, wenn er vor fertig gekocht hatte. Wenn ich eine Schüssel vorgegessen habe, die mein Vater gekocht hat, hat er immer die Frage gestellt, ist das lecker, du? Ich antworte immer, super. Mein Mund sagt es, aber mein Verstand vergleicht, die Gerichte zwischen meinem Vater und meiner Mutter kochen oft. Ich mochte die Küche und den Geschmack des Essens von meinem Vater immer mehr als die Küche meiner Mutter. Wegen meiner Familie auf der inneren Seite, die aus dem Norden kommt. Meine Familie mütterlicherseits stammt aus der Zentralregion. Ich rate denen, die Krankheiten haben, Niere, dann reduzieren sie die Salzmenge in Lebensmitteln oder salzigen Gerichten. Zmoltuk für euch, meine Mutter ist Chinesin, also esse ich sehr salzig. Ich sehne mich danach, Phobo nach Hanoiart gekocht zu haben, wie immer mein Vater uns gekocht und gefüttert hat, als er noch lebte. Ich liebe meinen Vater so sehr, Leute. Phobo Hanoi ist ein berühmtes Gericht Vietnams, das von vielen Menschen geliebt wird. Man kann sagen, es wird köstlicher, wenn sie es zu Hause selbst kochen, damit ihre Familie es genießen kann. Das Rindfleisch ist süß und nahrhaft, die Nudeln sind zäh und zäh, zusammen mit der reichhaltigen Brühe, im Einklang mit dem Aroma verschiedener Kräuter und Kräuter. Apropos, ich habe schon Hunger, warte nicht zu lange, lass uns gleich in die Küche gehen. So kocht man in Hanoi köstliches Rindfleisch vor mit einer reichhaltigen Brühe. Es muss gesagt werden, dass Phobo ein leckeres Gericht ist, aber es ist recht einfach in der Verarbeitung. Heute teile ich, wie man dieses einfache Phobo kocht, und lassen sie uns in die Küche gehen, um es sofort zu tun. Zuerst gebe ich den Abschnitt, das Inhaltsverzeichnis. Erster, wir stellen Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe vor. Zweiten, vergleichen sie Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe und nahm die Nahr-Rindfleisch-Nudelsuppe. Dritte Anleitung zum Kochen von Rindernudelsuppe nach Hanoi-Standard. Wie man Hanoi-Fo kocht, mit Gewürzpaketen. Vierter, das Geheimnis des Kochens von Nudelsuppe aus Hanoi-Rind, köstlich und reichhaltig. Erster, wir stellen Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe vor. Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe tauchte erstmals in der französischen Kolonialzeit auf. Faux Hanoi, bekannt unter der Form For Last. Faux-Verkäufer, die herumgingen, mit dem Klang, der in den kleinen Straßen widerhallte, es wurde zu einer alten Schönheit von Hattan zu dieser Zeit. Obwohl die Last von Faux nicht mehr verfügbar ist, hat Hanoi-Fo derzeit noch seinen Wert. Hanoi-Fo zeichnet sich durch seine süße, klare und reichhaltige Brühe aus, die aus Rinderknochen gekocht wird, mit zehn Nudeln gegessen wird, ein wenig Frühlingszwiebel, Chiljessig, grünes Gemüse hinzufügt, wenn Sie einmal essen, werden Sie es nie sein vergessen können. Zweiten vergleichen Sie Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe und Namdi-Nah-Rindfleisch-Nudelsuppe. Namdi-Nah-Rindfleisch-Nudelsuppe. Oberflächlich kann es schwierig sein, sie von der Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe zu unterscheiden. Versucht man jedoch das Würzen, entdeckt man sofort Namdi-Nah-Rindernudelsuppe, die Brühe ist deutlich dunkler, da sie mit Fischsause gewürzt ist. Und die Brühe von Hanoi-Fo wird klarer, der Geschmack ist auch bar und weniger fett. Hanoi-Nudeln sind dünn und weich. Wenn sie jedoch kochendem Wasser ausgesetzt werden, sind die Nudeln immer noch zäh, aber nicht zerdrückt. Was die Nudelsuppe von Namdi-Nah betrifft, so ist sie größer, mit einer mäßigen Dicke, beschichtet und von Hand geschnitten, sodass die Nudel viel größer ist als die Hanoi-Nudel, die maschinell geschnitten wird. Dritte Anleitung zum Kochen von Rindernudelsuppe nach Hanoi-Standard. Wie man Hanoi-Fo kocht, mit Gewürzpaketen. Vorbereitung, 50 Minuten. Verarbeitung, 120 Minuten. Für, 4 bis 5 Personen. Zutaten zum Kochen von Hanoi-Fo, mit Gewürzpaketen. Ein Kilogramm Rinderknochen. 150 g Fleischmässig, mit Rinderkruste. 150 g Rinderfilet. 1 Zwiebel. 1 Päckchen Gewürze, Rindernudelsuppe kochen. Ingerpulver. Gewürze, Fischsause, Kandiszucker, Salz, Pfeffer. Schritt 1, Zutaten vorbereiten. Sie waschen ein Kilogramm Rinderknochen in einer Lösung aus Salz und Essig, um Gerüche zu beseitigen. Danach geben Sie es in einen Topf mit Wasser und fügen 2 g Ingwerpulver hinzu. Warten Sie 5 Minuten zum Kochen und spülen Sie erneut mit kaltem Wasser. Schritt 2, Brühe kochen. In einen Topf mit 2 Liter Wasser geben, die gekochten Knochen hineingeben und bei schwacher Hitze 2 Stunden köcheln lassen. Denken Sie daran, den Schaum auf der Oberfläche abzuschöpfen. Lassen Sie das Wasser vollständig abkühlen. Geben Sie dann 1 Päckchen Rindernudelsuppe, 150 g Fleisch mit Rinderkruste und 300 ml Wasser in den Topf. Eine Stunde weiter köcheln lassen. Dann alles herausnehmen, mit 2,5 Teelöffel Kandiszucker, 1 Teelöffel Salz bzw. 2 Teelöffel Fischsause würzen. Sobald das Rindfleisch abgekühlt ist, das Rindfleisch in dünne Scheiben schneiden. Was Rindfleisch betrifft, schneidest du es zum Essen in dünne Scheiben. Die Furnudeln durch das kochende Wasser werfen und dann in eine Schüssel geben. Dann auf das Rindfleisch legen, geschnittenes Rindfleisch, Zwiebelkopf, geschnittene Zwiebel. Zum Schluss mit der kochenden Brühe aufgießen. Das ist es, Sie können Faux Hanoi genießen. Schritt 3, fertiges Produkt. Wenn Sie nicht zu viel Zeit haben, um eine Schüssel Faux zu kochen, ist das Kochen von Hanoi Faux mit Gewürzen die beste Wahl. Faux wird schnell und mit weniger Schritten zubereitet und ist immer noch köstlich, voller Geschmack, genau wie das ursprüngliche Faux. Genießen Der Vorgeschmack ist duftend und stimuliert die Geschmacksknospen, das Rindfleisch ist mäßig zart, die Brühe ist süß und köstlich, wenn sie mit Kräutern und Dipsausen serviert wird. Das Geheimnis, köstliche Hanoi-Rindfleisch-Nudelsuppe zu kochen. Das Geheimnis einer guten Brühe besteht darin, die Rinderripen, den Ochsenschwanz oder die Rinderknochen zu köcheln. Um die Brühe natürlicher zu machen, können Sie ein Stück Zuckerrohr hineingeben, um eine natürliche Süße zu erzeugen, nicht scharf. Das Fleisch und die Sehnen um die Knochen sollten Sie nicht zu sorgfältig filtern, da es sonst die natürliche Süße verliert. Röhrenknochen haben oft einen schlechten Geruch, also müssen Sie sie gründlich desodorieren, um den Geruch nicht einzufangen, und sie in die Brühe geben. Ohne Gewürze wie Zimt, Anis, Kardamom und so weiter verliert Hanoi bis zum nächsten Mal.